Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 4 mit Familie Rhodes. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht so, ich weiß nicht, Windenburg Let's Play nennen kann, denn irgendwie, naja, ist Windenburg ja eigentlich zentral für unser Let's Play. Oh mein Gott, ist das... geht da gerade der Mond auf? Ich finde ehrlich gesagt, Windenburg Island ist wunderschön. Und unser Let's Play, also bis auf Staffel 2, die ja auch zum Teil in Samishuna gespielt hat, war unser Fokus eigentlich immer auf Windenburg. Also, ich glaube, ich finde so Windenburg Let's Play vielleicht ganz cool. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aber Kendra ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und ich habe mit ihr den Arbeitstag gespielt, weil ich nämlich wissen wollte, zumindest ich wollte versuchen, endlich ein Kind auf die Welt zu bringen, damit wir, ja, befördert werden, denn ich finde, sie verdient sich die Beförderung. Und ich meine, ich spiele jetzt in den Let's Play zwar jetzt nicht so extrem auf Skill-Building und so weiter. Oh, muss ich jetzt da ja eigentlich... ach so, jetzt ist das Dach da. Verstehe. Äh, ihr habt mich schon gerade gewundert, ob es hier nicht reinringt, aber ich war nur ein Stockwerk zu tief, deswegen musste ich das Dach einblenden. Auf jeden Fall, ich habe versucht, mit Kendra befördert zu werden, denn es fehlt uns... Also, Jobleistung von ihr ist richtig top. Wir müssen mal ein Baby auf die Welt bringen und Ärzte mit einem hohen Rang müssen oft Notfälle übernehmen, wie zum Beispiel ein Baby auf die Welt bringen. Leider, äh, ist niemand schwanger und niemand will sich von uns entbinden lassen. Und ich weiß, in der Nachbarschaft laufen Schwangere rum. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Sollte ich jetzt einfach irgendwelche Random Sims schwängern und hoffen, dass jemand dann genau, wenn sie Dienst hat, das Baby bekommt? Denn ich weiß, dass jetzt gerade vor kurzem mal ein Sim schwanger war, der jetzt gerade nicht mehr schwanger ist. Ich glaube, der hat das Kind vor einem Tag oder so bekommen, also genau dann, als sie frei hatte. Also, deswegen ist es ein bisschen doof. So, dann habe ich jetzt mal deine Parenting Skills. Oh, Level 2. Kendra kann Kinder jetzt beeinflussen, ihre Hausaufgaben zu machen und ihnen streng untersagen, schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Sie kann zudem in Schulsituationen weitere Optionen wählen. Ich weiß nicht, Smokey steht total auf das Zimmer von Arvid. Ich glaube, vielleicht könnten wir Arvid und Smokey so Best Friends machen, also nach dem Tod seiner... Nach dem Tod seiner Eltern war das seine einzige Bezugsperson. Für zwei Essen, wegen dem Versuch, Baby zu machen. Es ist aufregend, ein Leben in sich wachsen zu spüren. Schwanger, zweites Trimester in 24 Stunden. Ich wollte gerade sagen, wir können mit Elsa heute mal ausgehen und Party machen. Habe ich Risky Woohoo eingeschaltet? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich die Option habe, dass... Also, ich habe MC Woohoo installiert. Okay, ähm, unter Umständen, äh, ändern sich unsere Pläne leicht. Ähm, tja, also aktuell, äh, sieht man ja eigentlich nichts. Was hast du denn gerade gemacht? Sie hat babyweiche Haut. Habt ihr mal die Schwangerschaft vielleicht mitspielt? Ah, endlich hört der Juckkreis auf. Okay. Es gibt doch... Es geht doch nichts über ein gutes Milch, Honig, Hafermeerbad. Anschließend liegt der Duft nach Hafer in der Luft. Ich rieche hier auch Babys, die in der Luft liegen. Was hast du in der Badewanne gemacht? Okay, ähm... Ähm... Hol dir mal was zu essen. Sortiere das verdorbene Essen aus. Und, äh, dann überlegen wir unsere weitere Vorgehensweise. Wir haben hier noch, äh, zweimal Buntbarsch in der Pfanne. Okay, äh, also ich glaube, sie muss sich dringend jemandem anvertrauen. Ähm... Hast du eigentlich nur mit Max einen Romantikbalken? Oder hast du jetzt random mit irgendjemandem? Also, Romantikbalken haben wir nur bei Max. Ähm... Irgendwie finde ich, dass Elsa eine beste Freundin braucht. Also, äh, ihr dürft mir gerne Teenager-Sims erstellen. Damit Elsa dann vielleicht eine Freundin hat, die mit ihr das durchstehen kann. Und, äh, was hast du hier eigentlich? Guter Umgang mit Kranken. Na, immerhin etwas. Und, ähm, großartiger Lehrer. Ja. Okay, ähm, anscheinend wird das Let's Play zu einem Teen-Pregnancy-Let's Play. Also, ich meine, ich wollte ja sowieso Elternfreunden nennen. Ähm, allerdings wird die Eltern... Also, werden die Elternfreunden jemand anders empfangen können. Wobei, ich glaube nicht, dass Elsa jetzt schon in der Lage ist, sich alleine um ein Kind zu kümmern. Dass da durchaus Hilfe notwendig sein wird. Oh, mein Gott! Und Josettes Reaktion! Ihr müsst mal bedenken, äh, Josette ist ja die Stiefmutter von unserem Max. Und ich meine, auch wenn sie die Stiefmutter jetzt ist, ähm, hat sie ja nach dem Tod von seinem Vater trotzdem noch das Sorgerecht jetzt für das Kind. Also, für ihn. Und muss sich um ihn kümmern. Und ich, und sie hat sich ja nie gut mit Kendra verstanden. Und ich kann mir das jetzt so gut vorstellen, dass sie jetzt sagt, ist ja klar, wenn Kendra sich mal um ein Kind kümmert, dass dann sowas passiert. Okay, äh, nein zur Filmmusik. Sophie hat eine Passage eines Filmsoundtracks immer wieder geübt und bekommt es einfach nicht hin. Es ist ziemlich frustrierend. Soll sie dranbleiben, äh, soll sie dranbleiben oder eine Pause machen? Ich würde sagen, du machst eine Pause. Oft hilft es hier nochmal besser nachzudenken. Es war die richtige Entscheidung. Nachdem Sophia ein Getränk erhalten hat, geht es ihr viel besser und die Noten kommen ganz von selbst richtig heraus. Nichts kann Sophia jetzt noch aufhalten. Sehr schön. Hast du irgendein Problem? Wow, deinen Bedürfnissen geht es ja ziemlich mies. Ähm, aber wir sind auch hier schon bald bei einer Beförderung. Okay, ähm, ich würde aber sagen, dass wir heute nochmal zu Max vielleicht fahren und ihm Bescheid geben. Oh, wobei, ich habe jetzt noch eine lustige Idee. Ich glaube, äh, Kendra und, ähm, und Sophia haben schon drüber gesprochen, ob es nicht vielleicht mal Zeit wäre, so dieses, dieses unbehagliche Techtel-Mächte-Gespräch mit Elsa zu führen. Weil es ist ja doch schon eine Weile mit Max zusammen. Und ich würde das jetzt lustig finden, wenn sich jetzt hier alle, äh, wenn sich jetzt, äh, die beiden mit ihr zusammensetzen. Was machst du jetzt? Überprüfen. Was überprüfst du denn? Ich würde mal sagen, junger Mann, dass du ins Bett gehen könntest. Ähm, nochmal die Zähnchen putzen. Und dann gehst du schlafen. Ähm, und Sophia, äh, könnte mal reinkommen. Die kann sich mal auch noch, ähm, Reste nehmen. Oder vielleicht will Sophia dieses Gespräch auch führen. Ähm, guck mal. Da könnt ihr vielleicht noch bei Arbeit hier oben das Mons unter dem Bett einsprühen. Damit wir da keine, äh, negativen Überraschungen haben, sag ich mal. So, die beiden hier essen mal auf der Couch, schauen ein bisschen fern. So, und Sophia nähert sich. Und dann führen wir mal das Techtel-Mächte-Gespräch. Ähm, obwohl es natürlich... Oh mein Gott! Als Pflegekind adoptieren, das müssen wir auch noch machen. Ähm, so. Das passiert jetzt im Glück recht schnell. Äh, zu etwas beeinflussen. Nein, ich hätte gerne, ähm... Das war vielleicht mal so... Äh, nein. Äh, nach anderem Sim-Fragen. Und zwar hätte ich gerne, dass wir... Oh mein Gott, kennst du... Wir könnten vielleicht mal nach Kendra fragen. So nach dem Motto, hm, ja. Also, ich und Kendra. Es gibt da so Sachen, die passieren. Also, vielleicht baut sie das ja so auf, weil ich kann jetzt irgendwie nicht nach Max fragen. Äh, dann würde ich mal sagen, starten wir die tiefgründige Unterhaltung. Äh, so nach dem Motto, ja, hast du dir schon Gedanken über deine Beziehung zu Max gemacht? Und wie läuft's da so? Und, ähm, ja. Äh, ich kann mir das peinliche Technik-Mächel-Gespräch gar nicht führen. Dann vielleicht nach Bewunderung ausdrücken. Okay, sie findet Kendra cool. Das ist schon mal ein guter Anfang. Schließt sich Kendra jetzt im Gespräch an. Ja, sie hat auch Hunger. Sie lässt sich auch dazu. Vielleicht hat Sophia auch unauffällig nach Hilfe gerufen. Ähm, so, tiefgründige Unterhaltung. Dann vielleicht eine dramatische Geschichte. Äh, das könnten wir vielleicht so ganz gut machen. Aber warum können wir dieses Technik-Mächel-Gespräch nicht führen? Nein! Geht das wirklich nur bei Eltern? Aber die haben die doch als Pflegekind adoptiert. Dann müsste das normal auch funktionieren. Ähm, du hast sie auf jeden Fall auch als Pflegekind adoptiert. Astronomiekenntnisse teilen. Jo, Kendra baut sich mal in das Gespräch ein und dann versuchen die gemeinsam auf ein Ergebnis zu kommen. Ähm, aber sonst müssen wir einfach diese tiefgründige... Ich finde es ja mit diesem peinlich berührten, äh, Ding immer so ganz nett. Äh, von Obstkuchen schwärmen. Vielleicht eher nicht. Dü, 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 dü. Na gut. Dann würde ich sagen, führt Kendra ebenfalls noch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr. Und diese tiefgründige Unterhaltung könnte mir dann vielleicht als Technik- oder Verantwortung wahrbringen. Und das könnte mir dann als, äh, dieses Technik-Mächel-Gespräch interpretieren. Wow! Sie fängt ab zu heulen! Ähm, und sie muss... Ah, nein, du. Ähm, okay. Äh, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das ist gerade im Moment alles ein bisschen viel für sie. Äh, wie wär's denn, wenn du sagst, ähm, gut, das, das war jetzt alles ganz nett. Und, äh, ja, ich kenn das, kenn, kenn, kenn das schon irgendwie. Äh, Tagebuch verstecken. Oh, ja, geh nochmal in dein Zimmer. Ich meine, du bist schon richtig müde. Aber versuch doch nochmal dir deine Gedanken hier, ähm, im Tagebuch schreiben. Und fragst sozusagen dein Tagebuch, was du jetzt machen sollst, denn du bist gerade im Moment einfach sehr verzweifelt und, äh, weißt keinen Rat mehr. Äh, Kendra legst dich schon ins Bett. Das ist eigentlich gut so. Ähm, du könntest auf die Toilette gehen vielleicht. Und dann dich auch ins Bett legen. Und, Elsa, mein Schatz, was machen wir denn jetzt mit dir? Ich weiß nicht, warum du dich auch die Schwangerschafts, äh, Periode etwas länger einstellen müssen, denn... Sonst haben wir innerhalb kürzester Zeit einen Zeitsprung von einem Jahr fast. Okay, der Film war ziemlich langweilig scheinbar. Äh, ich glaub, du hast noch an ganz andere Sachen gedacht. Dieser Film war ja eher so eine Ablenkungss, äh, ja, Sache. Ich schreib mal in deinem Tagebuch und, äh, versuch da deine Gedanken festzuhalten. Und dann würde ich sagen, kuschelst du dich ins Bett und wir werden uns morgen auf jeden Fall... Oh, Level 2 der Schreibfähigkeit erreicht. Wir werden uns morgen jedenfalls... Ähm, klappt das jetzt mit dem Schlafen oder... Schlafen? Ja, gut, jetzt funktioniert. Wir werden uns morgen dann jedenfalls, äh, mit Max treffen. Es ist ja Samstag, es ist Wochenende. Vielleicht können wir ihn in ein Café oder so zum Frühstücken einladen. Und dann werden wir mal versuchen, ihm das, äh, zu erklären. Oh mein Gott. Äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, der Kleine ist schon wach. Ich wollte eigentlich, äh, ja, Vorsprung, beziehungsweise einen Zeitsprung machen. Bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wann sie aufwacht. Ich würde mal sagen, du gehst mal, ähm, das machen. Ich hätte gerade aufgetragen, aber Toilette verwenden, so ist es. Dann kannst du dir noch einen Obstkuchen nehmen. Und, juu. Dann könntest du vielleicht auch ein bisschen Kinderfernsehen schauen. Denn, ich glaube, so samstags früh aufstehen, um in Ruhe den Kinderkanal zu schauen, mit ein bisschen Kuchen als Frühstück. Ist ganz cool. Ah, und der hat so ein süßes, äh, Oberteil an. Ich finde das richtig, richtig putzig. Oh mein Gott, es regnet. Es stürmt. Ich glaube, das ist gerade Elsas Stimmung. Das Wetter passt sich an sie an. Oh, mein armes kleines Elsa-Baby. Okay, ähm. Ähm, wir brauchen jetzt dringend einen. Oh, heute ist der Rede wie an einem Pirattag. Äh, unter Umständen können wir dieses Reden wie an einem Pirattag vielleicht so interpretieren, dass das, äh, Elsas Versuch ist, das irgendwie, äh, rüberzubringen und das irgendwie zu offenbaren, zu erklären. Oh mein Gott, hier sieht es ja ekelhaft aus. Äh, könntest du vielleicht mal alles hier aufräumen? Das wäre, da wäre ich dir sehr verbunden. Und wenn das alles aufgeräumt ist, könntest du einen, äh, Schmaus zubereiten. Und zwar hätte ich gerne zum Frühstück italienische Fleischbärchen. Aber sicher doch. Ähm, vielleicht eine Familiengröße mit armen Rittern. Sie weiß ja noch nicht, dass, äh, Elsa dann direkt nach dem Aufstehen eigentlich weg ist. Weil sie sich mit Max zum Frühstücken trifft. Die geht jetzt erst mal den Locust benutzen und hat morgen übel. Möbelkeit! Als Elsa aufwachte, fühlte sie sich schrecklich krank, so als würde jemand ihre Innereien umher schieben. Naja, unter Umständen ist das ja der Fall. Und wir sind jetzt bei einem Café. Sie hat morgen übelkeit. Ihr ist heiß. Vielleicht zieht sie da lieber ihr, ähm, oh Gott, für ihren Sommerklamotten. Vielleicht mit Crop Top, dass sie da, ähm, ihr Bäuchlein noch zeigt. Oh mein Gott. Ähm, ich würde sagen, wir switchen mal. Ähm, ja, oh Gott. Das ist eigentlich doch... Da sieht man doch gar nichts. Dabei sieht man ja allgemein gar nichts. Okay, ähm, ich hab mich dafür entschieden, dass die in dieses, ähm, Lokal gehen. Also das ist in meinem Safe-Fall schon installiert gewesen. Ich find das super, super schön. Äh, bitten wir mal hier um diesen Tisch. Und, äh, so im Freien draußen. Das ist ja sehr sonnig, sehr warm. Und ich find das Restaurant ist super sympathisch eingerichtet. Ähm, ähm, und dann erklären wir mal Max, dass sie vielleicht bald schon, äh, zu dritt unterwegs sind. Ach, bitte geh dich jetzt nicht übergeben, oder? Nein, du gehst mal nur zu dem Tisch. Zu dem Tisch gehen ist gut. Aber ich find, ähm, das ist ja super süß. Also ich spiel, wie gesagt, in Janba's Safe-Fire und, äh, ich werde sich jetzt hier draußen hinsetzen. Ah, vor allem hier sitzen, da ist also gar ein schöner Blick auf, äh, diesen Fluss und Springbrunnen. Okay, du hast ein heißes Date. Ich glaube, du hattest schon ein anderes heißes Date, das dich in diese Situation gebracht hat. Äh, wir stellen wir mal für den Tisch. Oh mein Gott. Oh Gott, sie kotzt gleich auf den Tisch. Sie kotzt gleich auf den Tisch. Ahem, ähm, nehmen wir mal Orangensaft für dich. Dann einen Amerikaner für dich. Ähm, Dango. Fischsuppe. Hm, sieht alles nicht so nach Frühstück aus. Äh, Superfood-Salat. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, Pfannkuchen. Dann nehmen wir vielleicht Pfannkuchen. Ich glaube, es ist wirklich so ein tolles Brunch-Restaurant. So, Brotpudding, vielleicht später noch ein bisschen Eiscreme, Bananencreme-Kuchen. Okay, ich würde mal sagen, äh, wir starten vielleicht mit einem, ähm, äh, mit Pfannkuchen für dich. Und, also ich habe mir da so richtig leckere Pfannkuchen eigentlich vor. Und vielleicht, eigentlich könnt ihr beide Pfannkuchen essen. Und dann könntest du mal vielleicht so mit ihm ein wenig reden. Ähm, man muss jetzt denken, wir sind jetzt in den Sims. Äh, fragen, wie die Winte wehen. Ja, mach das mal. Ähm, wir sind jetzt ja in den Sims. Und da geht die Zeit natürlich so ein bisschen anders. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen. Äh, beziehungsweise wir können davon ausgehen, dass es vielleicht schon ein paar Wochen her ist. Ähm, oh, nach Techtel-Mechtel-Fragen. Ja, vielleicht, vielleicht können wir so mal langsam das Gespräch beginnen. Ähm, ich vermute mal, sie ist schon vielleicht ein, zwei Monate schwanger. Hat es eigentlich nur nicht wirklich gemerkt. Also so könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Ähm, jetzt hat sie sich vielleicht auch noch, ähm, eine Woche oder so gedrückt. Aber irgendwie weiß sie jetzt nicht. Sie muss sich, jetzt wo sie den Schwangerschaftstest vermutlich gemacht hat, ähm, muss sie sich einfach irgendjemandem anvertrauen. Und sie hat vielleicht vor, das auch Max als erstes zu sagen. Weil sie meint, dass Max vielleicht das auch verdient, als erstes zu erfahren. Und ich hoffe jetzt einfach, wenn wir die große Neuigkeit erzählen. Vielleicht sollten wir das auch noch dem Essen machen. Äh, über Beute tratschen. Versuchen wir so ein bisschen mit dem, äh, Rede wie ein Pirattag zu umschiffen. Und dann können wir nach dem Essen vielleicht, ähm, Max. Unter Umständen, äh, hm, ist unsere Beziehung nicht so locker wie gedacht. Äh, Seemanns? Willst du dich? Bin? Seemanns? Ich würde gerade Seemannsgarn erzählen. Vielleicht macht sie auch so ein paar Witze. Ähm, mit so Wunschvorstellungen, ähm, Seemannsgeschichte erzählen. Oh, ich finde das lustig. Am Rede wie an Pirattag reden die Sims immer so ein bisschen. Okay, aber jetzt, äh, nimm das mal. Aubrey Ortega. Ja, oh, ihr Mann war letztens bei, ähm, ihr Mann sieht richtig gut aus. Der war nämlich letztens in der Praxis von CanDrop. Also genau gestern, als ich, äh, gespielt habe. So, jetzt ess mal. Das Essen wird ja eher so schweigend von sich gehen. Vielleicht können wir später noch einen Bananenkuchen essen. Du hast schon wieder Hunger, obwohl du nicht... Okay, das ist die Hälfte von deinem Pfannkuchen gegessen. Und Zoe war so nett und hat das Geschirr direkt wieder hier auf den Boden gestellt. Okay, also ich glaube, solange sie noch Teenager sind, werden die jetzt nicht mal von zu Hause ausziehen. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn das alles klappt. Also ich meine, Sims, äh, ich gehe mit dem Spiel. Das heißt, wenn jetzt sich so ergibt, dass die beiden... Also er ist total geschockt reagiert und rindert sich auch... Oh, er hat mir gedacht, dass ihre Brüste schon fülliger geworden sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie schaut immer so aus wie ein, wie ein Strich. Ja gut, also sie hat schon, sie hat schon Brüste, aber ihr, ihr Bauch ist ganz flatt. Äh, flach. Er will in den Urlaub fliegen und sie redet vom Putzen. Und sie sollte sich vielleicht neue Klamotten kaufen? Oh, toll. Es fängt an zu regnen. Ha, dramatisch. Okay, es fängt gerade an zu regnen. Sie hat den Schirm schon gezückt und... Und es... Es wirkt gerade nicht so, als ob er die Beine in die Hand nehmen würde. Was meint ihr? Äh, aber vielleicht... ...solltet ihr dann mal nach drinnen gehen. Ähm. Bist du stolz drauf? Oder? Also ich meine, wir kennen Max ja bislang nur als... Oh mein Gott! Hilfe! Unser Schirm fliegt davon! Okay. Äh, wir... Ich würde mal sagen, wir... Äh, wir... Wir flüchten nach drinnen. Und setzen uns mal hier vielleicht hin. Also ins Trockene. Bevor wir hier draußen patschnass werden. Ich meine, das ist zwar direkt bei der Eingangstür. Und wir kriegen die voll ins Gesicht geballert, wenn da jemand reingeht. Ähm, aber plötzliches Gewitter ist ja schon fast schicksalhaft. Es wäre cool gewesen, wenn er jetzt dramatisch davonrennt und er ihr folgt. Das ist ja fast dann wie in einem Film. Und wir machen dann später den romantischen Kuss, äh, Kuss, ja, Kuss im Regen. Das geht auch. Weil dann kriegen wir hier wenigstens nicht die Tür ins Gesicht geballert. Äh, gehen wir hier vielleicht nach draußen. Zusammen hier hingehen. Es ist Gewitter, es ist nass, kalt, dramatisch. Dann haben wir hier das nur... Ein Heiratsantrag, nein, vielleicht nicht. Also ich meine, mir kommt schon ein Kind. Das ist schon sehr, sehr intensiv von der Beziehung her. Und sie ist schwanger. Vielleicht können wir sie entbinden. Aber, äh, ja. So, das hier ist jetzt dieser, dieser klassische Kuss im Regen. Es ist Gewitter. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass die beiden gerade, ich weiß nicht, davon gerannt sind. Und dass er ihr vielleicht auch nachgelaufen ist, weil sie dachte, dass, äh... So, fang ich jetzt in eine schönere Pose. Äh, weil er möglicherweise dach... Also weil sie möglicherweise dachte, dass, äh, er mit dem Ganzen nichts zu tun haben will. Und sie hat sich vor einer Ablehnung gefürchtet. Und scheinbar... Ist er nicht so extrem abgeneigt. Das heißt, wir widmen uns im nächsten Part der Frage, was Kendra und Sophia dazu sagen. Und dann wird's erst richtig spannend, denn ich vermute mal, dass sie Kendra und Sophia als erstes anvertrauen wollen. Ehe sie sich gemeinsam mit Josette treffen. Und mit Josette dann, ja... Äh, mal schauen, wie Josette reagiert. Also ich glaube, da gibt es einen ziemlichen Kampf zwischen Kendra und Josette. Und, ja, dem widmen wir uns in der nächsten Folge. Ihr könnt ab jetzt, äh, würde ich mal sagen, Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ähm... Äh, ja, ich würde sagen, einfach Mädchen und junge Namen. Sie können entweder skandinavisch sein, also so wie jetzt bei Elsa. Vielleicht ein bisschen französisch angehaucht, denn... Achso, nein, na gut, Max eigentlich. Also einfach, auch wenn man sich direkt Max mal Hugo und Jacques sind ja eigentlich französisch. Und der Nachname ist ja auch Villarreal, also... Ja, also vielleicht... Also für so eine Mischung aus französisch, englisch, skandinavisch könnt ihr in die Kommentare hauen. Nach Möglichkeit vielleicht nichts deutsches. Ähm... Für Mädchen und für Jungen. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns nächste Woche mit, ähm... Ja, unserem Windenberg Let's Play und Pregnant Teen wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao! Ciao!